Ich wollte eigentlich nicht mit irgendwelchen klordelnden Heuchlern zusammentreffen, damit die einen da unten trecken können oder so, weil das so schön mantelig ist, sondern ich wollte was erklären und verpfügt ja auch. Und mir das nicht gefallen lassen, dass die sich alle gefallen lassen von Kung Fu. Sie sich erzählen lassen, dass sie formgeistig verklemmt sind und mantelig bescheuert und sich nicht bewegen können und nur Rom sich richtig bewegen kann und so. Und nur Griechen wissen, was Liegestütze sind und so. Jetzt wollte ich mal was dagegen sagen. Und zwar nicht gegen irgendwas, sondern von irgendwas von sich. Wenn die ausgestreckte Paus hier zurückgeholt ist und die Hand frei ist, dann ist die Paus ausgestreckt. Ich weiß genau, dass jetzt wieder jemand kommt. Ich bin der Trollvorsteher oder so. Also es heißt weit weg zu sein. Dann ist das für Kerngedauer wichtig, dass es von der Rückhand eine Innenhand gibt, die sich dann im Stil so veräußern würde oder so veräußern würde. Das heißt, hier habe ich ausgeschlagen oder ich kann mehrmals schlagen oder ich muss, um mehrmals zu schlagen, von hier hinten holen. Wie so ein alter Hutzl-Germane. Das muss ich erklären. Dass das mit der Form zusammenhängt. Und nicht mit dem gehoppelt. Und das ist ja auch heiß, dass Kuh-Fu nicht hoppen kann. Die können ja nur auf Schienen gehen, bis sie hinten einen rüberkriegen. Und jetzt zum Beispiel dem Löwen gibst die Rückpaus. So, dann ist hier Deckungsfehler Nummer eins, Deckungsfehler 1,5. Und egal, die Paus ist dann egal. So, das ist Kung-Fu, nicht Boxen. Auch nicht Pinapoi Esklimaboxen oder so, sondern Kerngedauer Kung-Fu. Der ist auch einer. Der kommt auch wieder genau so. Ich begehe jeden Menschen. Ich schubs keinen in die Rolltreppe. Ich mach aus. Ich hab keine Lust. Oder wollt ihr, dass wir ein Film-Stars oder so.